Hallo Freunde der Virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf TupacVR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplays, Hardware-Videos, eine News-Sendung, es gibt auch immer wieder Livestreams, auch eine Talk-Runde gibt es auch schon mal, also alles rund um dieses Thema dreht sich hier auf meinem Kanal und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Einmal unten auf den Abo-Button drücken, tut nicht weh, hilft mir auf jeden Fall weiter und ja, dann seht ihr weiterhin solche Videos hier, die euch informieren, euch helfen, hoffe ich mal und ja, ich hab mir gedacht, es ist Zeit, jetzt ein VR-Optiker-Linsen-Video zu machen. Ich hab die Linsen schon länger für beide Brillen, aber ja, jetzt wollte ich dazu ein richtiges Video machen. Ich denke, viele Leute von euch haben jetzt die Quest 2 auch zu Weihnachten erhalten und wenn ihr die Quest 1 schon habt und ihr habt eventuell schon die VR-Optiker-Linsen für diese Brille, dann könnt ihr die sehr wahrscheinlich benutzen, aber es ist an ein paar, ja, ich sag mal Bedingungen geknüpft, wenn ihr das vernünftig benutzen wollt für die Quest 2 und ja, dazu hab ich mit dem Arne Engler geschrieben, das ist der Geschäftsführer von VR-Optiker und er hat mir so ein paar, ja, Anhaltspunkte gegeben, warum es nicht so einfach ist, mit der Quest 2, ähm, die Linsen der Quest 1 zu übernehmen und warum es sinnvoll ist, wirklich, äh, richtige, angepasste Linsen für die Quest 2 zu bestellen und, äh, ja, das ist erstmal das große Thema hier und, äh, ja, ich würd sagen, nach dem Intro geht's los. Ja, Leute, das Video hier soll dafür da sein, dass, äh, entweder ihr noch gar keine VR-Optiker-Linsen haben und wir so ein bisschen Infos für euch ranholen oder aber ihr habt schon eine Quest 1 mit VR-Optiker-Linsen und überlegt gerade, kann ich diese auch in der Quest 2 benutzen und, äh, da gibt's halt ein paar, ja, Bedingungen, die man beachten sollte, wenn man die Quest 1 wie Optiker-Linsen in die Quest 2 baut, Hardware-mäßig passen die ohne Problem, das ist, äh, gar kein, äh, Akt, ähm, Unterschied ist, die Quest 1 Linsen sitzen sehr straff auf der Quest 2 und die originalen Quest 2, äh, Optiker-Linsen, die, ähm, ja, ich sag mal, die gehen besser drauf und wieder ab, das ist einfach leichter, das ist der einzige Unterschied, den ich jetzt hier festgestellt habe. Und, ähm, ja, wo liegen jetzt die Unterschiede? Erstmal muss man dazu sagen, ähm, die Quest 1 hat zwei OLED-Displays, die man hier über den IPD-Versteller verstellen kann und, äh, da geht das von 58 bis 72 mm von der IPD-Pupillenabstand und, äh, wenn wir hier sehen, wenn ich die jetzt verstelle hier, sieht man, dass die Linsen rein und raus fahren und auch die Displays, ähm, ändern ihre Position, die sind nicht da verbaut und, ähm, das ist bei der Quest 2 aber ganz anders. Hier haben wir ein starres LCD-Display drin und, ähm, wir können nur anhand, wenn man hier diese Linsen verschiebt, da gibt es drei Stufen, das ist die äußerste, äh, 68 mm, mittlere ist äh, 63 mm und, äh, die kleinste ist 58 mm und das sind die, ja, die Zustände, die wir hier jetzt mit der Quest 2 haben und, äh, erreichen können, äh, natürlich ist das, ja, keine gute Lösung, muss man einfach so sagen, dass, äh, mit dem normalen IPD-Stiftvorsteller ist eigentlich viel besser, ist nicht gut gelöst hier, weil viele Leute genau zwischen diesen Stufen liegen, die haben sich natürlich jetzt Stufen rausgesucht, die natürlich, äh, ja, am meisten bei den Menschen vorkommen und so weiter und so fort, aber, äh, habe ich jetzt größer als 68 oder kleiner als 58, stehe ich schon da, bin ich in der Mitte, ist es auch nicht optimal und, äh, ja, das ist so ein, ist natürlich gemacht worden, damit man sparen kann, ne, das ist ganz klar, warum die das hier gemacht haben und, ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe ja Quest 1 Linsen, die möchte ich gerne in die Quest 2 bauen, könnt ihr das eigentlich ohne Probleme machen, äh, wichtig wäre es, wenn ihr genau diese Stufen, die die, ähm, Quest 2 hat, also diese 58mm, die 63mm oder die 68mm, wenn ihr die genau habt, dann könnt ihr definitiv hier die, äh, Quest 1 Linsen einbauen, ist absolut kein Problem, ihr werdet ein super scharf gestochenes Bild haben, aber habt ihr jetzt das Problem wie ich, ich, äh, liege genau dazwischen, ich bin so bei 60,5, 60, 60,5 irgendwo und, äh, hängt dazu, äh, dazu führen, Mann, dass das Bild nicht ganz, äh, ja, mega klar ist, sag ich mal, nicht scharf gestochen ist und, ähm, wenn man genau zwischen diesen Stufen ist, dann wird extra für die Quest 2 Linse da was, äh, angepasst von, äh, vom VR-Optiker und dass das für uns dann passt, dass wir, sag ich mal, dann, äh, die Stufe 2 oder die Stufe 1 benutzen können. Jeder möchte gerne, äh, wie der Arne Engler gesagt hat, die mittlere Stufe nutzen, weil, äh, Leute, die die größere Stufe nutzen müssen, äh, haben das Problem, dass sie teilweise den Rand vom, vom Display sehen und, äh, ja, da gibt es aber leider keine andere Möglichkeit, also es ist nicht möglich, wie er sagt, ähm, mit, mit einer Linse zu sagen, okay, wir gleichen das so aus, dass alle den mittleren, äh, die mittlere Stufe nutzen können von 63 Millimeter, da müsste man schon mit zwei Linsen arbeiten und so weiter, es ist nicht einfach, das ist auch ein Riesenthema für sich, also, äh, ich hab hier den, den E-Mail-Verkehr mir ausgedruckt und, äh, da mal ein bisschen wieder reinzugucken und, äh, ja, das erstmal dazu, also, wenn ihr über die, äh, IPD 58 oder 63 oder 68 verfügt, äh, könnt ihr ja die Quest 1 Linsen ohne Probleme in die Quest 2 bauen und, äh, braucht auch keine neuen zu bestellen. Wenn ihr aber wie ich dazwischen hängt, macht es schon Sinn, ihr könnt es natürlich ausprobieren, aber ob man den Unterschied erst sieht, ja, wenn man das, äh, ja, ich sag mal, man sieht wahrscheinlich den Unterschied erstmal nicht, aber wenn man dann zur richtigen Linse wechselt, wird man den Unterschied dann feststellen und, ähm, ja, muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ne? Ich weiß auch nicht, ob man sich damit die Augen irgendwie kaputt machen kann, wenn da der, äh, ja, nicht der richtige IPD-Abstand, äh, äh, in der, äh, in der Linse dann vorhanden ist, sag ich mal, oder, oder eingeschliffen ist, weil, ähm, das wird ja wirklich alles angepasst, auch bei einer normalen Brille, wenn ich hier die, mir ein Gestell aussuche und da müssen neue Gläser für gemacht werden, dann, äh, gibt es ja, bei meisten Optikern ist das so, die messen dann wirklich die IPD aus und machen dann auch so Kreuze da drauf. Dann, äh, weiß derjenige, der wahrscheinlich nicht das Glas, äh, schleifen muss, wo genau, ähm, ja, Augenmitte ist und, äh, demnach werden die Gläser natürlich auch angefertigt und, äh, wenn ich mit der Pupille dann, sag ich mal, mehr nach hier gehe, dann ist es nicht mehr so scharf. Ich hab hier einen scharfen Sweetspot, sag ich mal und, ähm, wenn ich aber mit der Pupille weiter nach da gehe, dann verändert sich das Bild, das hat was mit dem Schliff zu tun und, ja, ähm, das muss dann jeder dafür selbst entscheiden, ob man dann Geld sparen möchte oder sagt, okay, ich kaufe mir jetzt für die Quest 2 richtige Linsen. Das erst mal zu dem Thema und, ähm, jetzt kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze montiert wird. So, und hier haben wir die Pakete, das ist die Quest 1, das ist für die Quest 2. Ich wollte euch mal zeigen, wie so ein Paket ankommt und, äh, hier haben wir auch noch Brillen, Reinigungstücher, also für eure Linsen, wenn ihr die reinigen müsst, solltet ihr vorher machen, bevor ihr die Linsen montiert und, ähm, ja, stelle ich mal kurz weg. Dann haben wir hier noch so ein Brillenputztuch, dann haben wir hier diese kleinen Säckchen und da sind die Linsen drin und die sind dann auch nochmal beschriftet. Hier seht ihr ein L, also die linke Linse und hier ist die rechte Linse. So, da sollte es sichtbar sein. So, dann können wir die eigentlich auch mal einbauen und, äh, dazu nehme ich erstmal das Face Cover weg und, äh, ich habe den Abstandshalter weiterhin drin, weil, ähm, ja, man, ich habe einen zu großen Zinken, sage ich mal und, äh, wenn ich den Abstandshalter nicht drin habe, bin ich, äh, viel zu nah, ich bin jetzt schon sehr nah an der, an der, äh, Linse dran, lang, äh, ab und zu berührt die hier, hier mal so und, ähm, ja, von daher ist es besser, wenn man so ein bisschen Abstand hat. Von daher, das muss aber jeder dann selber testen und, äh, ja, ich zeige euch hier mal ganz kurz linke Linse. Eigentlich ganz einfach, muss nur die richtige Position haben. Mal ganz kurz gucken, wie, ne, das war falsch. So, das sollte die richtige Position sein. So, zack, drauf und, äh, die wird echt nur drauf gesteckt und, äh, ja, fertig. Also super easy und, äh, ich halte jetzt mal ganz kurz um. So sieht das Ganze aus, wenn es, äh, ohne Cover ist und, ähm, ihr seht schon, das, äh, guckt schon ziemlich weit raus, nach oben raus und, ähm, das fällt bei der Quest jetzt nicht so auf, also bei der Quest 1. Hier ist es irgendwie, ähm, ja, größer kann aber auch sein, weil hier Stoff einfach fehlt. Aber diese, diese, äh, Linsen hier, das sieht so wie eine Toilettenpapierrolle schon fast aus, so groß und so lang ist das. Und, ähm, genau hier ist der Abstand, wo, wo mein Zinken dann immer, immer ein bisschen, äh, vordrückt und, äh, deshalb hab ich dann hier den Abstandshalter, der macht das ein bisschen besser und, äh, somit kann ich dann, äh, halt, äh, angenehmer spielen, ne? Also das ist super easy. Das gleiche ist, äh, bei der, bei der Quest 1. Bei der Quest 1 müsst ihr halt, äh, vorher diese Ringe hier abnehmen. Da sind diese, ähm, Ringe drauf, die den Stoff irgendwie halten. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ähm, ja, die, die kommen hier nachher oder vorher sollte man die entfernen. Die kommen hier so, hier so drauf gedrückt. Und, äh, ansonsten halten die Originalen halt nicht so wirklich. Und, äh, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also, ähm, Montage ist super einfach und, ähm, ihr müsst, ihr müsst echt bedenken, wenn ihr mit der Brille reingeht. Ich hab schon, äh, von, von einigen Leuten, äh, gehört. Ja, ich, äh, hab immer mit der Brille gespielt und jetzt ist mir aufgefallen, ja, die Linse, die Originallinse in der Brille hat Kratzer, weil, äh, die Brille da immer so ein bisschen gegengedrückt hat. Ja, je nachdem, was man für Spiele spielt, hat man natürlich auch ein bisschen Vibration, Bewegung, ne? Und, äh, ja, wenn sich dann immer so ein bisschen scheuert, das ist echt übel und, äh, ihr könnt eure Brille dann eigentlich, also, wenn es ganz schlimm ist, könnt ihr eure VR-Brille dann eigentlich wegschmeißen, weil die Dinge austauschen kann man nicht so einfach. Von daher, ähm, investiert echt das Geld. Es ist auch viel angenehmer, ohne Brille da reinzuschlüpfen. Ich hab immer das Problem, erst mal das Reinkommen und dann auch beim Rausziehen bleibt meine Brille immer in der Brille hängen und, äh, ja, nervt einfach nur. Und ihr habt ein viel, viel scharferes Bild als mit einer normalen Brille. Ich weiß nicht, warum es so ist. Kann damit zusammenhängen, dass, äh, VR-Optika den IPD-Punkt einfach so genau trifft, dass es in einer normalen Brille halt nicht so gut gemacht ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich ein viel klareres Bild mit der VR-Optika-Linse als wenn ich mit der Brille, äh, reingehe. Das hab ich schon sehr oft in den Videos erwähnt. Ist aber so und sollte man echt, ähm, ja, muss man einfach mitteilen den Leuten, weil, äh, also, ich hab schon einige Leute auch gehört, Rückmeldung, ja, kann ich mir nicht vorstellen zuerst und, äh, dann halt, wow, ist wirklich so. Es ist so angenehm und echt genial zu gucken. Also, das muss man echt, äh, ja, selbst ausprobieren oder am eigenen Live spüren, sag ich mal. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal helfen mit dem Problem hier, wenn ihr eine Quest 1-Linse schon habt, ob ihr die hier auch für die Quest 2 benutzen könnt und, äh, ja. Also, ich konnte meine nicht benutzen, weil ich irgendwie genau zwischen den Stufen hänge. Ich denke mal, wenn ihr jetzt 0,5 mm eventuell abweicht, wird's wahrscheinlich nicht auffallen und, äh, ihr könnt die trotzdem benutzen. Aber wenn ihr wirklich genau zwischen so Stufen hängt, äh, holt euch am besten wirklich neue Linsen. Macht am meisten Sinn. Und, äh, ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die VR-Optiker-Seite und, äh, ja, dann können wir eigentlich auch schon das Video beenden, würde ich sagen. Aber erst mal auf die Homepage. So, und hier sind einfach auf der Homepage vom VR-Optiker. Und, äh, ja, hier gibt's für alle möglichen VR-Brillen diese Linseneinsätze. Sogar für die G2, Quest 2, Playstation VR, Valve Index und so weiter und so fort. Also, schon ein, äh, breites Spektrum und, äh, ich hatte schon für die CV1, für die Rift S, für die Quest 1, Valve Index und die waren alle top. Einfach, einfach top. Äh, ich hatte keine Probleme damit. Und, ähm, ich kann die Teile echt nur empfehlen. Natürlich muss man sich überlegen, habe ich hier gerade ein neues Headset, ähm, wo sich das auch wirklich lohnt, weil ich das lange benutzen möchte. Oder habe ich jetzt hier ein mega altes Headset, wo ich sage, okay, das benutze ich nur drei Monate. Dann lohnt sich natürlich so ein Kauf nicht, weil je nach Stärke, die man hat, wird's, äh, werden die Linsen natürlich auch teurer, ne? Aber gehen wir jetzt erst mal zu den Quest 1 Linsen. Und, ähm, hier steht auch, unter diesen dreien ist die Oculus Quest die einzige mit einem variablen IPD, Linsenabstand, weswegen die Linsen der Einsätze der Quest für das Headset selber angepasst werden und nicht für deinen persönlichen IPD. Und, ähm, hier steht dann noch, insofern sich dein IPD zwischen 20 und 66 bewegt, sollst du damit kein Problem haben, die Quest-Einsätze auch in einer Rift-S und so weiter und so fort benutzen, weil man halt alles noch variieren kann, ne? Und, ähm, das ist, äh, der große Unterschied halt bei der Quest 1, damit ich, äh, weil ich den IPD-Abstand, ähm, so schön einstellen kann. Und, ähm, ja, hier steht das Lieferdauer, vier bis fünf Wochen, also die sind momentan, äh, sehr gut, äh, sehr gut ausgestattet, äh, ausgebucht, sag ich mal. Und, äh, ja, dann kommen wir zu der Quest 2. Hier hat man dann auch nochmal eine Installationsanleitung und, ähm, hier steht dann auch nochmal, unsere Quest 1 Einsätze passen auch für die Quest 2. Falls du bereits unsere Quest 1 Einsätze besitzt, kannst du diese mit großer Wahrscheinlichkeit problemlos auch für die Quest 2 benutzen. Und, äh, ja, jetzt genau das, äh, was ich euch jetzt hier erklärt habe, ähm, wie, mit welchen Werten das am besten passt und, äh, wo man das am besten dann halt lassen sollte, ne? Und, ähm, ja, hier müsst ihr euren Brillenpass eintragen und, äh, Leute, wenn ihr euch diese Linsen holt oder kaufen wollt, geht nochmal zum Augenarzt oder zum Optiker, lasst euch eure Augen nochmal komplett, äh, checken. Äh, nicht, dass sich irgendwas wirklich, ähm, ja, verschlechtert, verbessert hat und ihr bestellt nachher falsche Linsen, das wäre echt übel. Und, äh, sollte, sollte man nicht machen, ähm, auch wenn man denkt, ja, ich war ja erst letztens, ja, habe ich auch schon mal gedacht, letztens war dann vor anderthalb Jahren und, ähm, ja, da hat sich dann natürlich auch was verändert. Von daher muss man dann hier halt aussuchen, was man haben will und, äh, ja, je nachdem wird es dann halt auch teurer, ne? Ich bewege mich, glaube ich, bei irgendwo minus... minus 4 oder irgendwie sowas. Das müsst ihr dann halt alle selbst, äh, anpassen und diese Zahlen hier, die stehen alle in den Brillenpässen drin, äh, könnt ihr dann schön eintragen und dementsprechend wird es dann halt günstiger oder teurer. Und, äh, dann könnt ihr euch noch hier dieses Zeiss Blue Protect aussuchen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Das ist dieser, dieser, äh, Blaufilter. Das blaue Licht soll ja nicht so gut fürs Auge sein, äh, soll auch das Gehirn beeinflussen und, ähm, Schlafrhythmus stören, auch wenn man lange Zeit noch vorm Schlafengehen auf sein Handy guckt, ähm, soll das schädlich für den Schlafrhythmus sein. Also, das, äh, muss nicht, könnt ihr haben, aber die originalen Linsen haben es auch nicht. Von daher muss man das echt abwägen, was man da haben will. Ist echt Geschmackssache. Kann uns noch kurz die... ...in diesem Video zeigen... Ja, okay. Hier wird es auch nochmal genauer erklärt, also, und, und, äh, komplett, äh, demontierte, äh, Halterung. Ich hab's jetzt eben mit montierter Halterung gemacht. Könnt ihr euch hier natürlich dann nochmal genauer anschauen. Macht, macht wahrscheinlich dann auch Sinn. Aber, wie gesagt, das ist echt nicht viel Aufwand. Ähm, man muss sagen, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und hat euch auch geholfen. Wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Linsen, ich kann gerne, äh, versuchen, alles zu beantworten. Was ich selbst nicht beantworten kann, kann ich gerne versuchen, äh, beim Arne anzufragen, dass er mir da, äh, Tipps gibt oder, oder Ratschläge gibt. Und, äh, vielleicht kann er auch dann selber mal auf Kommentare antworten. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen, wie immer. Und, ähm, ja, die Glocke aktivieren, ne? Passt zu Weihnachten, was Glöckchen. Und, äh, ich wünsche euch noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und, äh, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.